Das ist ein unheimlich schöner Job. Bei mir laufen alle Fäden zusammen. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Der Meister im Kfz-Technikerhandwerk. Die Königsdisziplin in der Werkstatt. Er ist als Werkstatt- oder Betriebsleiter verantwortlich für sein Team und für den Kunden erster Ansprechpartner. Die Koordination von Personal- und Arbeitsabläufen von der Auftragsabwicklung bis zur Zeiterfassung ist eine seiner Karnaufgaben. Ein Job mit vielen Seiten. Der Meister begleitet die Auszubildenden, unterstützt die Gesellen und nimmt gesetzlich vorgeschriebene Arbeiten ab. Als Meister habe ich immer ein offenes Ohr für meine Azubis. Sie können jederzeit zu mir kommen. Auch die Kalkulation von Reparaturen und Kosten gehört zum Tagesgeschäft des Meisters. Neben der Betriebs- oder Werkstattleitung im Autohaus macht der Meisterbrief auch den Einstieg in die Selbstständigkeit möglich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020